Hallo und herzlich willkommen zu Dishonored! Ja, aber im letzten Mal wurden wir auch Dishonored. Wir wurden nämlich von den ganzen Wachen gegrillt. Nachdem wir das Tor gesprengt haben, haben wir uns eins auf die Mütze zu geben und unsere Mission war entkommen aus dem Knast. Wollen wir mal sehen, wo es jetzt weiter geht. Wo der letzte Speicherkunkte gewesen ist. Oh! Vor der Bombe! 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 Eko! Ah! Oh, runter, runter! Zack! Weißt du was? Da kamen die ganzen Arschgeigen her. Mützen. Verriegel, verriegel, wieso verriegelt? Mach auf! Hep! Okay. Gehen, 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 gehen. Schleich mal schön. Halt! Ne, wir wollen ja runter. Oh Gott. Wollen wir da irgendwo hin? Ne, ne. Hep! Herein. Karnisation. Seh mich nicht. Was für blinde Arschgeigen. Ich bin auch ohne Geschwurr gesehen. Mich nicht sehr gut. So. Das mach ich. Ich werde aber hier schleichen überall. Oder auch nicht. Ja, hier brauche ich nicht zu schleichen. Ich muss jetzt die Tür aufmachen. Ich höre nix. Naja, kann eine Sation gehen. Sicher, sollten wir doch. Dope Frage, gell? So. Hops. So. Hops. Hallo. Öffnen. Ist da einer? Hallo. Außer die leckeren Ratten. Oh Gott. Oh Gott. Kauflotte hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schätzt sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück? Es ist Korn nur eine. Hast du Angst? Es Zerkoniger. Da leben nur Kaufleute und Huren. Notiz eines Freundes lesen. Aber ich will nicht dauernd lesen. Was soll das? Wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Kordolich ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefe Inegalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf. Wo in the fuck ist Samuel? Der sich am Ausgang des Tunnels am Fluss aufhält. Jetzt muss ich wieder zurück. Nee, kann nicht sein. Okay. Kann ich hier hoch? Hopp. Den Fisch brauche ich noch nicht. Hopp. Noch nicht. Ich will nicht alles futtern. Alles voller Ratten. Lalalalala. Da heulen die, weil wegen Ratten. Kann man schon jetzt auf die Rübe springen? Ach, die fressen die? Kann ja nicht sein, oder? Boah, ist hier überhaupt nicht brutal. Was denn für Zombie-Ratten? Aber hallo, ey. Hohoho. Na, wir haben halt auch Hunger. Ne? Okay. War schon richtig, dass die ganzen Ratten gekillt habt. Hopp. Da. Öffnen. Kannst doch nicht geöffnet werden. Hallo, Ratten. Kommt her. Na gut, daneben nicht. Gucken, ob keiner guckt. Da kommen Ratten. Tatsächlich. Muss ich zerhacken? Wenn alle zerhacken, dann sind die Drecksviecher immer drauf. Ist da nicht. Weiß mich nicht. Du. Auch nicht. Gibst da nicht. So. Nein, wir blieben. Zack. Jetzt nicht mehr. Wat? Soll ich die Leiche tragen? Wozu? Ach, die kann ich anderen Ratten zum Fraß vorwerfen, oder? Wo soll ich hier den Ausguss? Soll ich hier rein? Wozu schlepp ich da die Leiche? Naja. Schön. Irgendwo nur irgendwelche Viecher? Da hocken zwei. Tja. Leute. Hab mich kein schönes Plätzchen ausgesucht. Mal ehrlich. Tagebuch lesen. Oh Mann. Was haben sie denn? Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht. Und wir können nichts mehr tun, als zu wachten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hierbleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten. Aber sie werden am Ende die Stadt... Was? Die Stadt erben? Jo. Tatsächlich. Die werden die Stadt erben. Okay. Lecker. Ja, Leute. Tragen. Und jetzt... Erfen. Also. Hepp. Ding. Clear. Haben sie kein Futter hier. Er ist auch dort. Den sollten wir mal entsorgen. Komm her, Kollege. Hepp. Ohne damit. Platsch. So. Machen wir mal die Luke auf. Und ich nehme an, will ich los, also geht die Luke runter. Nein. Oh. In die Loch gucken. Da weiß man ja nie. Ob da irgendwo noch Schönes drin ist. Platsch. Platsch. Vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's. Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Wie kommen die Typen von der Decke geflogen? Das sind aber viele. Ich hoffe, die fressen nur Leichen, ne? Beißt ihr mich? Nee, beißt du mich tatsächlich nicht. Das ist ja echt heftig. Die stinkenden Ratten. Ja, also den Kollegen, wie sie schneide ich noch, also zack. Nehmen wir mal und, äh. Ja. Entsorgt. So, Tür auf. Wie komme ich denn jetzt an den Drecksratten vorbei gleich? Oh, ist hier noch irgendwo versteckt, versteckt, versteckt. Nein. Da. Nochmal zu futtern. Zu futtern liegt hier überall rum. Die Flasche, nehmen wir die mal mit. Trage ich die? Die schwebt vor mir her. Da kommen die Typen, werden abgeladen. Ach, da ist der Draht. Da muss ich irgendwie hin. Da sind die Drecksviecher. Die haben Kohldampf. Also muss ich die füttern, ne? Hep. Da ist futter futter fein. Fressi fressi. Hallo. Ratti. Hep. Oh, Mann. Hup. Wer ist denn? Wird ein bisschen nachtig. Hau schnell. Fett, Fett. Koffe ich hier jetzt hier. Uah. Eeeh. Hep. Haben die den schon aufgefressen? Die sind noch dabei. Die müssen alle beide da hin. Hep. Hep. So, guten Hunger wünschen. Jetzt wird zack, zack, zack. Ratten. Plage. Elende. Elende. Viecher. Ja, ich hab's da angefragt. So. Jetzt ist aber Ruhe. Kommt hier. Kleinen Scheißchen. What? Hier, die sind aber echt heftig. Da liegt noch ne Leiche. Ach, die haben Nachschubbrone hier geschmissen. Komm schon da hinten wieder drauf. Hep. Na, leere Flaschen. Schön. Hep. Hm, gut gesprintet ist halt gewonnen. Ah, der kann auch so klettern. So, jetzt gehen wir nämlich erst was essen hier in dem Ding. Hier gibt Futter. Hopp, hopp, hopp. Na ja, geht uns schon besser. So. Ich hoffe, dass keine neuen Ratten kommen. Vielleicht sollte ich den, äh, als Gepäck mitnehmen. Ich hoffe, dass ich den, äh, als Gepäck mitnehmen, 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 äh. Vielen Dank.